So, hallo Vino. Diesmal habe ich einen Co-Caster. Im zweiten Spiel 1-7 gegen Team 2nd Base. Vino, 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 Vino. Ja. Vino, Vino. Ah, okay. Ja, da bist du ja. Okay. Achso, ich Co-Caste jetzt mal wieder. Ich wollte eigentlich nur zuschauen, aber ja, okay. Zugucken hast du für ein Ticket, also komm. Aber, äh, ja. Awesome Panda-Ban. Crosser Panda-Ban. Es ist voll out of the ordinary und es ist voll special und so, das müsste ich jetzt ultra-recommendieren. Aber wir haben ja wieder einen Batrider-Ban. Ist auch mal selten. Ja. Ja, kannst entscheiden, wenn du keinen Bock hast, dann sagst du einfach nichts. Ne, ne, passt schon. Ähm, wer hat denn das erste gewonnen? Ähm, in Seven, also 18 Minuten mit einem Pugner-Push. Pugner-Invoker, zwei Necros und dann war das Ding gegessen. Also, T3 hat ein bisschen Damage bekommen. Also, ja. Sie haben T2 gefightet und basically danach GG gescoit. War halt... Push to strong. Mh, haben auch einen Void daraufhin gepickt, dass er jetzt nicht so... Ja, okay, okay. Verstehe. Ja, Void war halt First Pick. Hm. Diesmal bären sie den Void. Ja. Ja, das ist halt immer so. Wenn du selber nicht pickst, pick eine andere. Und wenn du halt auch nicht Push spielst, dann... Ja, Void ist schon was. Okay, in Seven will wieder Push spielen scheinbar. Ja, Tinker ist einfach nur hekelhaft zu spielen. Ja, aber wenn die schon das letzte Game Push gespielt haben und jetzt direkt den Tinker bären, kann es gut sein, dass sie nochmal Push spielen wollen. Ja, hat funktioniert, ne? Diesmal hat Pigs Team Second Base Team Iraner. Nicht umgekehrt. Recht gut, ja. Wie stehen die beiden Teams denn in der Federal League? Team Second Base auf dem 16. Platz? Seven auf dem 13. Genau, relativ nah zusammen. Wahrscheinlich geht es im Abstieg, aber... Ja, stimmt, der 16. steigt ab, oder? Also, der fliegt raus. Ja. Bestimmt. Nein, nein, nur 17, 18, 19, 20 fliegen raus, also. Also, fliegt in dem Sinne nur einer raus, weil die restlichen Teams sind halt schon die, die ausgeschieden sind. Ja. Ja, dann. Es gibt ja noch ein paar Spiele und viele Leute haben auch nicht gegen andere Leute gespielt, die vielleicht auch in ihrer Liga sind, von daher kann sich auch noch ziemlich viel tun. Lassen Sie sich ziemlich viel Zeit mit dem Pick. Vielleicht sind Sie sich am, äh, am gegenseitig fragen, so, hier sollen wir full cheese gehen und nochmal push spielen, nochmal dasselbe, weil es geklappt hat. Tidehunter. Ah, okay, aber was anderes. Tidehunter, ey. Teamfight. Teamfight. Woo. Woo. Ja, Tidehunter an diesem Spiel. Du bist so begeisternd. Ja, und Tidehunter, endlich sehe ich meinen Tidehunter. Die Lanes ist halt auch immer so spannend, wo der Tidehunter drin ist. Jetzt ist auch ein gegen Doom. Oh, die Lane wird super spannend. Super spannend. Es wird eh wieder Tide, Tide gegen Doom. Ich glaube, da haben beide Seiten... Ja, aber Doom ist halt ein schöner Pick gegen Tidehunter. Ja. Auf der Lane nicht unbedingt. Kriegt halt sein Farm. Ja. Kann nicht weiter töten. Aber, äh, ja. Gegen Ende auf jeden Fall. Ein schöner Pick dagegen. Doom ist halt auch ein starker, starker Held. Tidehunter und AA sind beide unter den vier meistgespielten Heroes in der Federal League. Ja, Stats, Stats. Ja, mach Stats. Ja, es ist doch toll, dass Dota-Buff das jetzt hat. Und beide haben eine circa 50% Winrate. AA eine 51%. Uh, das... Ja, die 51%. Stark, stark, stark. Aber erstaunlicherweise, Mirana ist der Second Most Played und hat eine 64% Winrate. Also verdammt hoch dafür, dass der so viel gespielt wird. Naja, ich glaube, die Teams picken den auch... ...picken den Hero nicht, wenn sie nicht sicher sind, dass einer von denen gut spielen kann. Und eine gute Mirana macht halt auch ziemlich viel Impact. Da ist schon so ein bisschen Respekt vor dem... Du musst jetzt Eros treffen, sonst bist du ein absoluter Noob. Auch im eigenen Team. Dass dir vielleicht... Also Tidehunter ist wesentlich einfacher zu spielen als Mirana. Dementsprechend hat er auch 50% Winrate, glaube ich. Ist ja auch... Tinker oder Meepo, das wird ja auch nicht gepickt, wenn du nicht kannst. Dementsprechend haben die Heroes auch eine relativ hohe Winrate. Und ich pick ihn trotzdem gerne, obwohl ich ihn nicht kann. Ja, das haben wir gestern gesehen. War nicht so. Naja, das kannst du ja alles auf deine Makros schieben. Tast gewonnen! Ja, das war schon relativ knapp. Wenn du da die Tastenkombination besser hältst und nicht Meepos auf der Lane stehen lassen lassen lässt. So, hä, was macht denn der? Warum sind jetzt so viel mal meine Meepos tot? Ja, das ist bestimmt auch gewonnen. Ah, das ist alles... Krass. Es ist kein einziger Hero drin, der jetzt irgendwie besonders wäre. Aber immerhin in Doom wird meistens gebannt, das sieht man nicht so oft. Man muss sagen, Bad Rider First Ban in der ersten Phase sieht man nicht mehr so oft. Das stimmt. Andererseits sieht man ihn auch nicht so oft gepickt. Ist halt so, den hätte ich halt lieber als First Pick gehabt, statt als First Ban. Weil der Spielstil ist damit auch so ein bisschen ein anderer. Was halt ein relativ cooler Spielstil ist. So, beide Teams umkreisen sich so ein bisschen und versuchen da irgendwie den Vorteil an, das andere Team zu bekommen. Aber Pac ist auch nicht so immer gespielt worden. In den letzten Spiel war er drin, von daher. Immerhin. Auch wenn es nur ein Pac ist. Aber hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Also habt ihr schon, also habt SD schon gegen N7 gespielt? Nee, noch nicht. Von daher, hab ich schon die ersten Stimmen gehört. Oh, jetzt können wir N7 zugucken. Können wir mal gucken, was die für Strats fahren. Direkt mal scouten die Team. Direkt mal scouten, ja. Ich meine, das ist jetzt eigentlich das erste Spiel, was sie hier angucken könnten, aber... Ja. Scout ist ja auch erst mal die Teams, wenn du halt davon hörst, so, stimmt, 1-7, das haben wir auch noch. Dann muss man mal scouten oder so. 1-7 hat, äh, recht gut, ähm, die haben gegen Mighty Ducks gewonnen, gegen Kite Gaming 1-1 gespielt. Ja. Ich glaube, sie haben sich ihren Platz schon, schon verdient in dem Sinne. Sie wissen halt auch, dass sie gegen gewisse Teams gewinnen können, tun das halt auch. Shadow Demon, okay, Team Second Base geht diesmal mit einem Setup und nicht nur Rubik Lift und, äh, wir treffen die Arrows wegen Skill. So, dann machen Shadow Demon... Whack. Nee. Au, Treant, ja. Ach, bei Team Second Base spielt das Schaf. Ja, das Schaf in der Mitte. Heroes that carry, so weit ich das weiß. Da habe ich mein Game gesehen, war verwirrend. Ha, okay. Dragon Knight, Treant, okay. Ich glaube, die gehen auf Tank. Hm. Wenn die da jetzt noch Galen King oder eigentlich irgendeinen tankigen Core reinpicken, wird das halt echt hart. Team Second Base hat nicht wirklich so ein Right-Click-Damage, der bleibt nach dem Anfang außerhalb von der Mirana, der ist sehr spät on. Genau, sie können halt irgendwie Single-Targets relativ viel machen, aber abseits davon fehlten sie ein bisschen mehr Damage. Und man sieht 1-7 an, dass die Teamfighten wollen. Tower pushen, Teamfighten. Dann wird Team Second Base mal wieder relativ früh dafür gezwungen, am Tower zu Teamfighten. Und ich weiß nicht, ob das Line-Up da besser gegen ist. Ich würde vielleicht sogar ein Timbersaw in diesem Spiel spielen, wenn ich als Team Second Base. Ja, Doomfarm, Timbersaw. Drei Strength-Feroes bisher, alle recht tanky. Ja, und besonders ein... Haben jetzt nichts, was ihn so besonders verstört. Er ist ein Positionskampf, ne? Und damit kannst du mich schnell mit Chakra da auch reinwerfen. Das ist ein guter Anti-Push. Also wenn man einen Timbersaw-Spieler hat, wäre das möglich. Die Frage ist halt auch, wann wird der Push kommen? Nach ungefähr 10 Minuten? Hat Timbersaw nach 10 Minuten irgendwas an Mana, um das zu machen? Ja, Level 6, das reicht. Naja, dann kannst du 2-3 Mal werfen und dann passt. Also persönlich, ich habe ja sehr, sehr viel Timbersaw gespielt. Er ist jetzt zur Zeit nicht mehr so stark, aber du hast schon das Mana in der Regel bei Minute 10 für deinen Chakra, wenn du mal aus der Base kommst. Weil du hast dann irgendwie 500 Mana, 700. 700 mit Mana-Boots, glaube ich, so in etwa 600. Ja, sollte es sein. Und dann hast du den Chakram, was da 100 kostet. Ja, es hat erst 75 gekostet, dann 125. Ich glaube, jetzt kostet zur Zeit wieder 100. Earthshaker. Das ist wiederum ein relativ guter Pick dagegen. Da zeigt man jetzt halt, dass man die Miraner auf Carry spielen kann. Oder ein Earthshaker Carry. Ja, aber ich sehe Quoicva nicht in ihrem... Von daher kann das nicht funktionieren. Na klar. Also Pups funktioniert... Das ist auch so gut mit Shadow Demon. Shadow Demon. Enchant Totem drauf. Boom. Und dann einfach zerstören. Ja. Eine coole Tri-Lane. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ja, wenn, dann spielst du den Earthshaker in der Mitte in der Region. Ja. Wo er halt seine Easy-Farm bekommt. Aber auch auf der Tri-Lane wird das relativ hart. Weil jeder, der da irgendwie zu nahe kommt, kriegt Disruption Arrow. Iron-7 hat halt auch richtiges Potenzial für ein aggressiver Tri-Lane. Von daher ist der Earthshaker Pick halt nochmal richtig gut. Zusammen mit dem Shadow Demon und Miraner. Weil falls Iron-7 dann aggressiv gehen würde, könnte die eigentlich nichts bekommen. Auch defensive Disruptions sind da sehr wichtig dann. Ja. Und Agro würde ich... Ja, wahrscheinlich auf jeden Fall. Also Leech Seed und Chilling Touch ist nicht zu gestorben. Also 3AA, wenn da jetzt noch eine Weaver kommt. Wobei Weaver ein bisschen gegen Doom-Scheiße während Earthshaker... Ne, Weaver ist nicht so the pick to go. Außerdem könnte Weaver das Problem werden, wenn er Disruption abbekommt, dann stirbt er instant. Disruption, Arrow, Fissure, Level-Death und die ist tot. Naja, Level-Death. Aber Gyro-Over hätte ein guter Pick sein können, das ist wohl wahr. Oder eine Luna vielleicht, auch relativ tanky. Ja, hab ich mir auch schon überlegt. Warte mal, vielleicht auch ein Zeilen ja noch für den Pick und ich kann schnell ihre Heroes ansehen, was die so für Currys picken. Gott, Raph Kings spielen die recht... Boah, die spielen eigentlich nicht so häufig, die spielen immer verschiedene Sachen. Das einzige, was die oft spielen, ist Invoker. Aber mit Invoker wäre das ein bisschen verkorkst zu lane. Ja, Dragon Knight Carry wird gespielt, ja, aber für Aggressive weiß ich nicht. Wird eigentlich nicht gespielt. Jugger ist ein gutes Ding. Ja, und gehen wahrscheinlich dann Offensive. Ja, sollten sie. Und ich nehme an, Team Second Base ist das schon bewusst. Meinst du, sie dodgen? Eigentlich nicht, oder? Das sind beides relativ gute Trilanes. Das ist keine gute Trilane von N7, um aggressiv zu gehen. Nicht gegen Mirana. Weil Mirana, die haben keinen Stun für die. Die können die nicht töten. Und mit Earthshaker, wenn du auch keinen Stun hast, dann ist das auch verdammt schwer, den zu töten. Und dann mit Shadow Demon, der kann rein theoretisch das Leech Seed wegdisrupten. Wenn da dann die Fissure, während das Target Disrupted ist, die Fissure kommt, weil das Mirana sein sollte, kann die einfach weglieben. Oder die kann eigentlich auch so einfach weglieben. Das ist jetzt nicht die stärkste Aggressive Trilane gegen Mirana SD Earthshaker Combo. Von daher würde ich das eigentlich nicht dodgen und ihm die 1-on-1-Lane lassen, auch wenn er die leicht verliert. Jo. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Vom Laning ist das halt sehr ausgeglichen. Der Tidehunter gewinnt, falls sie das 1-on-1 stellen. Und der Rylane verliert da. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt das, was man haben will. So, die Leute sehen deine Kamera, oder? Ja, ja, mach was du willst. Wollen wir die Spieler vorstellen? Kannst du gerne machen, aber... Okay, dann sehen wir hier mal den Seven, die Top zu 5 gesmoked sind, sehen wir die... Warte, das muss ich mir bei der Tabelle ansehen. Big Terrazzo, Boyd's Kind. Auf den Tidehunter, auf der Solo-Lane. Stole Eye auf dem Carry. MNX auf der Mitte. Ist du sicher, dass du nicht vielleicht das First Blood sehen willst? Ja, ich hoffe. Aber die kriegen den nicht. Das war ein Stellungsfehler von in Seven. Da muss der Decay vorne stehen, weil sonst kommt der Decay nicht ran für den Stun. Und wenn die da den Stun zuerst machen, dann das Gash und dann Leech sie. Stun wird er auch nicht reingekommen. Also der muss halt direkt hinter dem Titan da stehen, dann geht es. Und der Titan muss halt auf die Seite gehen. Ja, oder halt Hand in Hand nebeneinander laufen. Ähm, den hab ich schon nicht vorgestellt. Ach, den Prey und den Panda auf den beiden Support. Freer. Äh, äh. Und Team Second Base kennt ja jeder. Ich glaub, den muss ich nicht vorstellen. Yes. Sein, ähm... Der Tummy of Mershake als Support. Carry. Hero. Auf dem Mirenner. Der Quarks. Auf dem Support. SD Desmond, dem Moonbeer. Auf dem Offlane. Und abschließend noch das Schaf in der Mitte auf dem Racer. Sehr schön hast du das gemacht. Wunderschön. Man lobt mich oft dafür. Hast du sehr schön gemacht, ja. Äh, okay. Direkt nochmal die Engions noch vor Minute 1 geblockt. Um halt dem Racer da auf jeden Fall nichts zu geben. Du hast hier ein Fürstblatt in der Mitte. Hat halt ne Invis Rune, aber das Schaf hat leider den Block nicht so bekommen. Deshalb wird das nicht. Ja. Und außerdem war die Engel, wo er da reinkam, nicht so toll. Über ne Tower. Ja. Gott versucht er das jetzt, aber da könnte das gut gehen. Das Holzkin steht halt echt weit vorne. Hat auch noch kein Stout Shield, also... Dürfte er eigentlich gesehen haben. Oh, schade. Das wird ja verkackt. Ja, aber selbst wenn... Ja, aber auch die Verlangen, wochen müssen wir hingegangen. Und allem. Was ein ziemlich unterschätztes Setup ist oft, ist einfach Fissure into Arrow. Das funktioniert auch verdammt gut. Ja, wenn man das ein bisschen geübt hat, weil die Fissure Stunt halt echt schön und du kannst ihn da auch so ein bisschen reindrücken. Er ist halt auch nur eine Sekunde, muss relativ nah dran sein. Boah, das passt eigentlich schnell. Ja, die Miranda muss halt gucken, wann die Animation rauskommt. Und der Stunt ist ja dann instant. Dann muss er halt quasi, bevor sie sieht, dass er gestunt ist, schon schießen. Taggernaut, versuchst du mit einem Level 1. Er hätte Flory die Creeps runterzuhauen, das klappt aber nicht. Hups, dann wird direkt ein bisschen gepunischt. Oh, der Panda, der steht da verdammt weit vorne. Wenn der Duna am besten Screep hat, hat der auch kein Mal. Jetzt ist er aber, glaube ich, zu weit vorne. Ah, nee. Leech Seed nicht geskillt und damit können sie nichts tun. Ja, wenn der Leech Seed geskillt hat, wird er gecallt, feedet oder ist er tot? Ja. War sehr schade. Hatten sie nicht gedacht, dass sie da irgendwas sehen, um, also nicht irgendwas direkt bringen, äh, kriegen, dass es sinnvoll dafür ist. Oh, der kommt zu der Option, der Error auf der Botlane. Schön exekutet auf jeden Fall. Highthunter hat sich fast gebildet, aber der trifft noch den Anchor-Smash auf die Mirena. Ah, Hero ist dazu. Beide hat er getroffen. Hero ist da nicht schnell genug vorgegangen, um halt den, den zweiten... Highthunter ist halt nach Lone Druid so ziemlich der beste Held, den du gegen das picken kannst. Einfach, weil, ähm, sobald du Krankenshell hast, ähm, löst du eigentlich immer den Error auf, auch wenn es in 5 Sekunden erroert ist und kannst einfach rauslaufen. Ja. Ja, gut 600 Damage bekommen. Das ist halt 600 Damage, bis du auf 100 Leben runter. Das ist ein bisschen spät. Ja, das geht dir das Krankenshell auch ein bisschen früher schon hoch, dass das nur noch so circa 500... Äh, das ist Level 3. Ich glaube, dann bist du auch schon fertig, aber ja. 550. Das ist auf jeden Fall, wie sich mehr als jeder andere Held haben könnte. Und wenn du direkt halt einen Anchor Smash machst, und besonders so eine Mirana, die halt eigentlich relativ nah dran sein will, um den Starstorm zu machen, kriegt dann halt einen Anchor Smash ab und hat danach gar kein Damage mehr. Ja. Lone Druid ist gegen solche Lanes echt unterschert. Das kann man eigentlich oft picken. Weil der kann eigentlich nicht getroptet erroert werden. Ja, andererseits musst du aber auch noch betrachten, dass du zwischen Titan und Lone Druid einen extremen Skill-Unterschied hast. Also es ist halt nicht immer so, dass dein Off-Laner halt irgendwie einen Lone Druid spielen kann. Deshalb ist dein Titan halt meistens, äh, öfters gesehen, weil er halt auch einfach zu spielen ist. Dune oben wird diesmal ein Weiterversuch, diesmal ist Lich C da. Oh, natürlich mit Scotch Earth kommt er gerade so weg, aber wird gedeift und dürfte stürmen. First Blood für den Juggernaut. Das ist halt Cold Feed und dann noch der Spin danach. Das tut einfach weh. Ja, genau. Allein schon eine Damage dafür, ne? P mehr 37. 150 Damage immerhin. Und dann Schilling Touch natürlich da rein. Auch ein Doom mit in der Regel ne Aura. Hat auch voll Leben. Und dann jetzt gegen Toon. Bottas ne Regeneration, ohne der sich den Ticket dann gleich holen hat, hat aber noch ein Botty noch im Kurier. Naja, hat Botty gecropped. Reicht aber auch so für ihn. Ja, aber vielleicht nicht um die Botty damit aufzufüllen, weil die Botty dann auch unterwegs ist. Naja, mit der WARD hätte er eventuell rangehen können zum Denying, andererseits hat Shadow Shaman 500 Tag range. Wenn dann hätte er das von... Ich weiß nicht, ob SD genug range hat. Ich glaube, SD hat nicht genug range. Außer 600, glaube ich. Der hat nur 500. Deshalb konnte er auch nicht von hier aus dann denyen und weiter runter gehen, hätte ihn getötet. Ich glaube, von hier ist es wird es wohl. Aber diesmal reicht es nicht. Der Doom hat recht gut geskillt. Der hat das Scratch-Dirf über den Konsumption geskillt. Er hat den DIVOR. Ja, mehr Regeln. Macht man halt in der Regel auch, aber sieht man halt trotzdem auch, weil es ein bisschen... Es gibt ja halt mehr Gold, wenn du das DIVOR hochskillst. Ja. Andererseits, wenn du halt öfters schlirbst, ist es halt ein Nachteil. Das Schaf war kurz davor zu sterben, glaube ich. Aber der DK hier hat gesehen, es wird mit dem Mana knapp. Damit hat er halt nicht die Dragonform gepoppt, sonst dann gesetzt und dann irgendwie reingegangen. Und diesmal geht es halt dann dabei wohl down. Living Armor ist zwar draußen, aber da... Living Armor mehr. War relativ schnell weg. Ich hoffe, es kommen während dieses Spiels viele Witze mit Schaf und dass es stirbt, das heißt. Schaf ist. Sonst bin ich enttäuscht. Es stirbt, weil es ein Schaf ist. Und sterben ein Schaf so oft. Ich weiß es eigentlich gar nicht, aber Schafe sterben oft, scheinbar. Ich würde die Klippen runterfallen, aber von selber und so. Also so wie Lemminge oder wie Schweine, die halt hauptsächlich zum Essen gezüchtet werden, glaube ich, ist bei Schafen eher nicht der Fall. Aber... definiere leicht zu sterben. Gegensatz zu... Also ich habe noch nie ausprobiert, ein Schaf zu töten, wenn ich ehrlich bin. Das klingt anders. Ich habe das ab. Ansonsten 6 Minuten, 1-1. So viel ist noch nicht passiert. Jetzt versucht der Razer, jetzt kommt ein Gank, hat leider nur eine Illusion-Rune bekommen. Aber der wurde nicht gescoutet, also der Panda, der hat hier Probleme. Aber das hat keiner gesehen, erstaunlicherweise. Das hat keiner gesehen. Da kommt das Link, aber ich könnte über Schieft gehen, weil mit dem AA-Damage haben die ja trotzdem... Ja, ich glaube, der kommt dann nicht mehr weg. Der Doom ist dann noch da. Ich glaube, das wird sogar gut für... Schon getradet, aber leider ist der Razer vorher gestorben. Und die AA noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Na gut, den Doom kommt weg, weil es Scorched Earth wieder hat. Leider noch kein Omni-Slash, aber der wasted das nicht. Ja. Oh, vielleicht turnen die das mit einer guten Fissure. Keine Mana. Und noch. 10 Sekunden, keine Mana. Oh, das ist ärgerlich. Ja. So reintivieren hat man gegen die... Oh, wie viele kamen jetzt? Arma Living Armor macht es tatsächlich für sie unmöglich, da reinzugehen. Ja, und das ist eigentlich sogar recht gut für... Nein, okay, doch nicht. Ich wollte sagen, dass es gut für In-7 ist, weil der Tidehunter dann die Miraner ein bisschen krug machen kann, aber das läuft nicht so. Weil die Miraner schon Facebooks hat, der Tidehunter logischerweise nicht mehr ran für sein Ding. Ja. Boah. Mal schauen, ob sie jetzt ein bisschen pushen. Scheint so der Fall zu sein, oben. Ja, mit Juggernaut willst du ja auch früh pushen. Ja. Ja, unten dürften sie jetzt einen Disruption Arrow an sich so probieren. Aber der Tidehunter ist auch low genug, aber der weiß das und geht weg. Die direkt rein, aber läuft einfach weg. Zieht die Kreefairf raus und der push ist vorbei. Das Tidehunter... Okay. Da dürften sie die Tidehunter bekommen, aber da wird auch einfach die Knight, ja. Dann kamen die Hadouken von... Ich frage, ob es das Werte ist sogar. Weil es war eigentlich klar, dass der die Knight wird. Er hätte vielleicht sogar überleben können, wenn die Healing Board im Frühjahr kämen wäre. Ja, andersherst kamen halt natürlich auch die Hadouken vom Doom direkt danach. Und... Ja, und die Knight hätten sie bekommen. Ja, Hadouken ist nicht zu unterschätzen. Ja. Der Tidehunter rushte direkt die DKB. Ja, muss aber aufpassen hier. Genau. Das Problem ist ja, das Schaf hat noch nicht einen Punkt in den... in sein Puzzle rein und das... Ja, dadurch kann er halt natürlich einfach schließen. Aber schön gesehen, dass er halt genug Damage auch hatte und auch genug für den Dive. War sogar recht knapp, weil wenn der... Ja. Wenn der Racer da 5 Magic Stick Charges mal mehr hat oder sowas, sagen wir mal, dann stirbt der DK da, weil er einfach kein Damage hat. Auch wenn er halt gesehen hat, dass der DK da gehen will, hätte er sich auch einfach umdrehen können, Static Link anmachen müssen können und dann hätte es halt auch gereicht. Ich glaube nämlich, das Drang Knight-Multi-Gift, das Kill, das kann glaube ich noch nicht mehr töten. Äh, weiß ich nicht. Das dürfte nicht töten können. Es ist ein Dot schon, oder? Ja, es ist halt Poison. aber der kann meines Erachtens nach nicht töten. Ja, sollte nicht töten können, ja, Poison ist eigentlich immer nicht töten. Naja, Venomenser Poison kann ja zum Beispiel nur die eine Poison halt, ne? Ist halt auch wieder die Sache. Ja, das Passiviert. Ja. Und vielleicht steht das da extra explizit dabei. So, boah, Top-Lane. Mal schauen, ob sie dann den diesmal bekommen. Ja, Mist. Ja, okay. Ja. Damage haben sie. No, Omni-Slash needed. Indeed. Der Dürmstück wirft wieder 0-2 gegen einen Tide, der 0-0-1 ist. Da Astrid's-mäßig die Mirada farmt sich da sehr schön. Der Razor auch. Dragon Knight und Juggernaut sind da ein bisschen drunter. Besonders der Juggernaut auf der Safe Lane hat da doch 10 weniger Creeps als die Mirada. und der Doomard merkt, dass es jetzt auf seiner Lange kommen. Von daher scheinen die Lange für die 2nd Base ohne diesen Mirada-King jetzt hier. Wow, wow, wow. Nice. Das war eigentlich unglaublich blauäugig von der Mirada, aber es ging sogar noch gut. Wahrscheinlich haben sie sich sogar gedacht, dass sie das baiten wollen, aber sie hat gesehen, dass der DK hier unten eine Invis-Rune genommen hat und hat trotzdem einfach dann hier gestanden also sehr, sehr ballsy. Ja. Aber haben wir die Fischer bekommen und können pushen. Leider wurde der SD mitgeravaged und wollte eigentlich das Raften direkt nach dem T-Kestern. Ja. Hatte nicht genug Patience und wurde er mitgeravaged. Leider. Ah, Mann, farts. Ja, von beiden Seiten ein gut gespielt. Die Vairage Ravage saß gut und die Fischer saß gut. Oh, das ist. Oh, und die Extrruption wird raus, das dürfte, könnte dann KK. Ja, aber ja, aber auf jeden Fall. Das hat sehr, sehr lange gedauert. war es in dem Fall ganz gut. Hat das auch so gereicht. Ja, 1-7 pusht mal wieder. Kann man machen mit der Ward? Kann man machen, ja. Mit dem Drang Knight wird hier auf jeden Fall auch. Ja, aber der Yonee Ward hat halt kein Mana genommen. Ja, das ist ja leider auch nicht. Da kommen zwei TPs rein. Aber das fehlt halt nicht. Kriegen sie halt nichts von. Und jetzt halt sagt sich der Tree oben, okay, dann pushe ich mit meinen mächtigen Wurzelfäusten. Währenddessen hat halt der Razor in der Mitte gepusht, aber das ist ja eigentlich egal, weil es sind nur Trifter, ne? Und dann macht das der Tree und wieder weg. Ja. Ist halt immer kommitten, um was zu machen. Dann haben sie eine Ravage und eine AA-Ult und so, um da die Pushs mich schnell abzuwehren. Musst du auch gehen, okay. Vollkommen unrelated zum Spiel. Aber ja, 22 Uhr. Die Temperaturen werden langsam wieder angenehm. Das ist Schlafenszeit. Äh, ja. AA-Ultig ist jetzt fein. So, hat sich schön ein bisschen Damage. Ja, also sie haben jetzt wieder Bot ein bisschen Chip-Damage bekommen, aber das ist einfach wieder komplett die Cuts nachher. Ja. Wir sind jetzt auf 2.000 gleichzeitig das ein bisschen. Aber ja. Ja, obwohl vielleicht kriegen die Bots sogar, wenn er wirklich hat keine B. Ja, die Notation kommt jetzt von der AA. War überhaupt die reich. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, ob der Titan da schnell genug kommt. TP zugehe ist noch line. Leine. Aber hat er halt gesehen, dass es halt sonst sich leisten. Also, zur Not, wenn das Doom kommt, hätten rein theoretisch ja noch mehr TPs kommen können. Ja. Vielleicht. vom DK zum Beispiel, der auch einen TP hatte. Also, fand da nichts schief. Ja, sicher runtergespielt von 1-7. Das ist die Hitze, einfach nur, ja. Dyer's bottom tower hat er jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie Gold bekommen. Achso, in dem Moment, er hat, glaube ich, gerade sind. Ja, es hat sich verändert, weil er Point Booster, glaube ich, abgelegt hat oder gekauft hatte. Ah. Ich verstehe jetzt, wann man gehen muss. Kugel hilft. Hm? Reinbar, wenn deine Organe zu wenig durchblutet sind und du dann wieder Sauerstoff holen musst, um die Durchblutung anzüllen. Hm. Okay. Wir haben das bei dem, das heißt, wir gehen nicht, weil es langweilig ist, sondern wir gehen, weil dieses Spiel so atemlos spannend ist, dass uns das so gerade anpassen, dass wir zu wenig atmen. Ja, das ist halt, wenn man müde ist, dann schlägt dein Herz schwächer und dann ist deine Durchblutung nicht so. Ja. Und dann musst du gehen, um Sauerstoff wieder reinzuholen, um die Durchblutung anzuregen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Trivia mit Vino. Vino, erzähl uns dieses Mal wie das mit dem Gang ist. Wups, schlägt da, das ist noch ein bisschen zu mehr vorne. Das Stun kam perfekt. Wunderschöne Ravage. Das Stun ist gesteckt. Da fehlt aber der Follow-up so ein bisschen. Miranda geht wieder rein, kommt raus, da tun wir auch wieder reingehen. Die wollen unbedingt reingehen, aber das... Sollten sie aber nicht reingehen. Razor geht rein, Razor wird sterben. Oh, ja, Razor wird sterben. Schwer, gleich. Und mit dem Arrow haben sie da doch vielleicht genug Damage. Living Armor OP. Ops, da haben sie sich ein bisschen übermächtig schätzt, wir sind vollkommen Living Armor. Übermächtig. Aktiviert eine Drum, jawohl. Ja, hat er jetzt... Oh, Jukes, dem Jukes, dem Jukes. Ja, und... Die Jukes sind so schlecht, zu schlecht. Ich habe mal eine gehabt, oder? Ah, ich dachte, der hat Manafin Stun, das wurde doch angezeigt. Da hätte ein Juggernauts sogar tot bekommen. Ich habe ihn, um ehrlich zu sein, nicht angeklickt, aber das war halt... Ja, hat es Manafin Stun in der Mitte gesehen. Sehr, sehr schade. Ich habe gesehen, viele Klampen, hatte Ulti Geos, dann kam direkt die A-Ulti rauf, dann die Ravage hinterher. Ja, war schön exigiert. der Flamie, äh, der Fire Breath vom Decay, was jetzt auch nicht zu unterschätzen ist. Ja, aus dem Moment 300 Damage, ne? Aber was halt extrem viel bedeutet hat, ist, dass der Earthshaker genau hier noch gestunt wurde, als er gerade in der Fischer Animation war. Ich habe nicht darauf gedacht, oh, der Dragon Knight ist alleine da drin, aber dann war genau die Fischer unterbrochen. Okay. Oh, der darf jetzt nicht stunnen. Ah, der hat gar kein TP. Okay, okay, er kann nicht dran. Ja, aber jetzt, der darf jetzt nicht damage. der läuft gerade rauf. Ja, die ist da. Ah, 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 das Scharf tötet ihn da mit einem Hit. Okay, aber die Dinger, oh, Fischer in der AA Space. Aber der Innover, der wird ja auch noch sterben, der hat kein Omnistar, der hat kein Spin, der geht gegen Ancients, ist in Verwürth, kann jetzt wieder Spin. Deshalb können sie wieder guter, und die Healing Wars ist unbedingt getötet, wenn die Healing Wars wird nicht getötet. Ja, er hat einen Hit. Jetzt hat Healing Wars getötet, aber jetzt, da sind zwei Loh APs von Team Second Base noch drin, die könnten locker sterben. Ja, er stirbt, aber die anderen kommen weg, aufgrund ihres erhöhten, wenn sie das durch ihre Drum. Das ist halt ein bisschen zu viel. Aber sie haben den Tier 1. Ah, den hatten sie glaube ich schon davor. Den hatten sie schon davor. Oh Gott, der legt so sehr gerne Items ab, wenn er einen Drum, äh, wenn er einen Stick Charge benutzt. Mach ich aber auch, das ist einfach Value. Ja. Kannst du das doch nicht verschwenden. Wenn du einen fetten Stick Charge schaffst, mit 15 Aufladungen, dann legst du natürlich die Drum ab. Oh, das ist scharf. Stürft da wie ein Scharf. Da waren die Scharfwitze, die sich von da wie ein Scharf haben. Das ist scharf, das ist gestorben. Lassen wir die Scharfwitze? Äh, die sind irgendwie... Wenn du wenigstens Witze mit Wolle machen, würdest du, dann würdest du das Sinn ergeben. Was für Wolle. Wolle von Schafen. das ist jetzt wirklich cocky. Also seine Drum, sein Magic Wand, plus seine Drums aufzulegen, für ein Mana Boots, ist nun wirklich ein neues Level von Cockiness. Naja, Effizienz, ein neues Level von Effizienz. Also wenn da so ein Imbiss Earthshaker rumgabe, mit durch die Imbiss-Trune, die sie nicht sehen konnten, weil die keine Runen-Board hatten, da werden da einfach mal drei Imbiss mit. Also Team Second Base wird hier einfach, wie sagt man es so schön, Out-Maneuver. Ja, ich glaube, das war das Wort. Wir kriegen halt nicht wirklich Thomas. Also, okay, wo ich das sage, fände ich nicht mehr. Die kriegen immer ein bisschen Chip, damit ich gerade haben sie Top-N-Tower bekommen, aber dann ist halt auch schon wieder der Earthshaker, plus der Bottom-Tier-One, plus 4-Move, das ist jetzt nie gefallen. Das wird jetzt noch mal ein großer Teamkreis, aber in Seven hat alles ab, plus den Blink-Dagger. Haben da auch eine Sentry stehen, also wenn da... Ja, it's a trap, it's a trap. Oh, da läuft der Shaker hin, und natürlich die Clips schießen auch hinterher, von daher sehen sie ja. Aber jetzt kommt die nächste Sentry, und dann... Und dann kommt die Teamkiller, auch zwei. Die Fischer kennt die Beine, aber die Shadow Demon muss auch passen, kommt aber da noch mal weg, hat gutes Zoning, aber dass sie da jetzt noch mal reingehen, denn 4 ist... ...bis hier. Ist unnötig davon. Also... In Seven... Sie fühlen sich sehr, 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 sehr confident. Und das richtige Wort ist overconfident. Ja, sie fühlen sich sogar so confident, in der CG zu sein. Das richtige Wort ist GG. Das richtige Wort ist GG. Ja, genau. Schönes Zitat. Das richtige Wort ist GG. Oh, no! Dimmy Rainer überlegt, genau. What a player. What a player, genau. War aber knapp. Ja, wir haben immerhin ein paar schöne Teamfests gesehen, und auf jeden Fall schön executed. Es war natürlich Fehler, auf beiden Seiten so da, aber... Keinbar ist es ungesund, wenn man Gen unterbindet. Das ist abschließendes Wort nochmal. Danke, Vino, dafür. Was verbindet niemals was Gen. Ist die Frage, was Gen verhindern heißt. Du kannst ja schon verhindern, den Mund zuzumachen. Ja, heißt das unterdrücken, wenn du gerade... Kennst du es nicht, wenn du gehen musst und dann das unterdrückst halt? Schon, aber du kannst ja trotzdem einatmen, ohne den Mund aufzumachen. Oder ohne das Geräusch zu machen. Ja, aber das ist ja dann kein Gen mehr. Gen ist ja das tiefe Einatmen und du kannst nicht durch die Nase so tief einatmen wie durch den Mund. Das stimmt, aber immerhin kriegst du halt ein bisschen Luft. Ich glaube, das reicht ja schon. Ja, aber das ist ja dann wieder die Funktion vom Gen komplett verfehlt. Ne, ich nehme an, das Gen hat einen größeren Regelkreis. Also du wirst... Das fängt halt früher an, als es unbedingt möglich ist. Ist ja nicht so, dass du, wenn du nicht gähnst, stirbst, so direkt. Dementsprechend. Wenn du danach halt einfach wieder mehr atmest. Nein, aber das führt dazu, dass du danach vermutlich nochmal gähn musst, weil du willst ja diesen Blutfluss reigern. Ja, das ist der Punkt, genau. Wenn du halt danach nicht mehr gähn musst, dann weißt du, dass du dein Gen-Canceling richtig tust. Wie die Pros das machen. Gen-Canceling, Gen-Out-Manövering. Effizienz. Effizienz, genau. I.I. Summer macht das bestimmt auch in seinem Farm. Effizienz auf allen Linien. Ja. Was spielen wir gerade? Dota? Ne, Counter-Strike? Irgendwas. Irgendwas ist gerade vor Ende gegangen. Und was gerade vor Ende gegangen ist, ist die Trivia Stunde mit Venu. Schaltet irgendwann wieder ein, wenn es heißt Trivia Stunde mit Venu. Und dann musst du dir irgendwas ausdenken über andere Körperteile. Eine wundervolle Session. Eine wundervolle Session. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.